Willkommen im Glasatelier Roland Götz im Schwanheim. Sie wollen eine individuelle Atmosphäre in ihrem Wohn- oder Geschäftsbereich schaffen? Dann besuchen Sie mein Atelier. Vom Sandstrahlen über historische Bleiverglasungen oder moderner Glasmalerei bis hin zu Glaskravuren. Ich biete Ihnen ein großes Leistungsspektrum rund ums Thema Glas. Gerne berate ich Sie persönlich weiter und nehme Ihre Anregungen entgegen. Ich freue mich auf Ihren Besuch.